Was wollt ihr hier? What the fuck? Oh, ein Jeebepuzzle. Wie reizend. Oh, ich war schon immer beschissen daran. Ich glaube, das hier ist weniger kompliziert, als es aussieht. Okay. Das ist die höfliche Art und Weise vom Spiel, mal zu sagen, dass wenn ich eine falsche Tür öffne, einer von den explodierenden Fickern rauskommt. Figaro, 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 Figaro. Nur in einem Bergwald gibt es eine Kiste voller Luftballons und Puppenteilen. Mal gucken, was wir hier aufgemacht haben. Ich glaube, das war nur für den Moldet gedacht. Macht nichts. Wir kommen auch so voran. Auch Optionen und so. Das ist eine Dreckstür. Oh, nicht du schon wieder. Du hast es auch aus dem Bäckerhaus rausgeschafft. Lendenmonition. Steinspritze. Was willst du? Nimm den M. Schmerzen oder so? Hakt's? Goddammit. Ein Clowns Schlüssel. Jetzt wenn ich wüsste, ob das so ein Einmalding ist oder ob wir den öfters benutzen können. Hallo. Oh, richtig. Entschuldigung. Hab das weiße Zeug nicht gesehen. Clowns Schlüssel. Wow, fuck. Okay, okay, okay. Nein, ich Idiot. Ah. Und dann hat dich das nicht mal umgebracht. Jetzt hab ich... Ah, nein. Fuck. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Clowns Schlüssel ist weg, stimmt's? Nein, wir haben ihn noch. Oh. Nee, wirklich noch? Okay. Das überrascht mich. Da, 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 da. Ah. Ah. Da. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Hey, du okay? Hör auf. Ich komme. Ah, Chris. Das ist die kluge Entscheidung. Denn der letzte Typ war schon definitiv und zu 100% kein Köder. Ich ignoriere jetzt einfach mal die Frage, die sie mir dabei aufdrängt, nämlich wie ein einziger Hildbilly, das war gut mit Regenerationsviren, mit diesem I-Mutter-Gen, ziemlich dicke ist, es schafft Elite-Soldaten so zu überrumpeln und gefangen zu nehmen. Oi, du, wie willst du mich reinlegen? Wahrscheinlich ist der Anstand, ohnmächtig zu sein, weißt du? Oh, Marquez. Oh, wrong, oh, Chris, old buddy. What the? You could die now, Chris. Fuck! What the fuck? Weißt du, wirklich? Hätte ich da was tun können? Solange die Fallen noch aktiv sind, ist es gefährlich, ihren Kameraden zu retten. Sehen sie dich, um und versuchen, sie einen Weg zu finden, sie sofort zu deaktivieren. Okay. Hey, du okay? Hör auf. Ich komme. Fallen deaktivieren. Ist das eine Lunge da hinten? Aha. Okay. Mal wieder reinlegen lassen, was? Ich hasse ihn, aber ich kann es kaum erwarten, ihm eine Kugel zu verpassen. Er geht mir so dermaßen auf den Sack. So, diesmal gehe ich an dir vorbei. Da kommen wir noch nicht durch. Wirklich? Hauptschalte, Lukas? So gar nicht dein Stil, normalerweise. Okay. Alles klar. Jetzt sind die paar Vorstellungen wieder anwürfen, das wäre natürlich auch asozial. Hey. Hey, du bist noch mit uns? Ja, es ist dich. Dankeschön. Ich war zu Beginn, zu denken, dass wir uns hinterlassen haben. Ich denke, ich denke, wir können hierher kommen. Okay. Lukas ist ein fucking Psycho. Ich bin sicher, was ist der Beste, ihn oder solche Dinge. Wir müssen hier rauskommen. Hier. Wir können hier rauskommen. Oh Gott. Du musst mich schocken. Gott, Gott, Gott! Geh das Ding von mir! Nein! Ich weiß nicht über dich, Christopher. Aber ich bin wirklich zufrieden von spielen. Drei Männer, Lukas. Drei von meinen Männern sterben wegen dir. Das endet. Und es endet jetzt. Ich glaube nicht. Es wird in einem Moment 4 sterben Soldaten sein. Du wirst nicht verlieren. Dann wirst du sterben. Okay. Wir haben hier eine Situation. Wir sind auf, Chris. Geh zurück in die zentralen Kavern und warte für weitere Instruktionen. Geh nicht mich runter. Ohhhhhhhhhh. Bloody fucking... Warte. Hier rum. Oder? Mein Orientierungssinn. Jawohl. Er läuft wieder. Er ist hier. Er ist am Start. Ach, richtig. Ich bin ja ein Vollidiot. Schon vergessen. Hi. Das ist zumindest die anderen Fallen deaktiviert. Das ist ja schon mal ganz angenehm. Schade. Er hätte gar nicht richtig gefunden gehabt. Aber... ... 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 nein 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 oh ihr haltet euch versuch bad motherfucker oh nein warte dahinten ist der dick hier wieder und ich habe keine jetzt ja von der guten munition ach ja die luft wird das dahinten wieder kontaminiert boh ach ihr bist auch schon wieder einer von denen super super recht hinter der tür mit dem clown schlüssel da kann ich euer verfickter jawohl ein bisschen was für eine gute munition wieder jawohl wir nehmen die dampfende zeug aua eat shit and die mother fuck ich dem wort was gute frage wieder Boah Komm schon, Handgranaten, wofür hab ich euch? Wofür hab ich euch? Jawohl Dieser kleine Mikey wartet noch so ein bisschen auf die Pointe hier Oh, nicht ihr, nicht jetzt, nicht wirklich Das sind echt Headcrabs, ich glaub's nicht Ihr habt echt, ihr habt echt Nüsse, Headcrabs zu klauen Das ist was, das würde ich mit Doppel und Treiber überlegen, wenn ich hier werde Wow Würdest du jetzt bitte endlich Tot bleiben Ich kann euch nicht messern, das ist sehr unangenehm Okay Okay, dann lassen wir das inzwischen geland So Cool Und nun, tauchen wir die Hand rein Großer Gott, ich hoffe, dass der Anzug dicht ist Alter Wirf es weg Oh, Gott, ich weiß, ich weiß, ich weiß Ja, ich bin okay Ich bin okay Okay, Lukas Es ist nur du und ich Ah, kein Okay Okay So, war irgendwo noch so eine blöde Clownstür? Ähm. Hervorragende Frage. Zelle. Blattbereich. Blattbereich. Hm. Ich glaube, wir haben alle. Das kann ich mir dann später von der Welt wieder anhören, weil ich eine vergessen habe. Wir werfen noch ein paar... ein paar Münzen in so einen Slot rein. Wir werfen noch eine schöne Steroide ab. Okay. Mega. Mega. erhöht dauerhaft die nachtlade ich finde ich halt so viel munition haben wir nicht als dass ich das lohnen würde dann bin ich mal gespannt oder wie weit kommt er raus ich hatte recht lukas natürlich nicht das ist kein gutes geräusch christopher stand with us i see very impressive my friend very impressive let's just see how impressive you really are oh fuck okay 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 darf es mal was sein lucas fucking motherfucker Aua. Aua. Oh, wirklich? Da ist schon eins. Von diesen schmutzigen Scheißviechern. Oh, fuck. Au. Ah, scheiße. Jetzt tue es schon. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Ach, fuck. Eine hab ich noch. Au. 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 Hey, keine mehr, ok? Ich habe nichts mehr übrig. Du hast keine Sympathie von mir, scheiße. Ich weiß, ich weiß. Ich habe... Ich habe schrecklich gemacht. Schrecklich gemacht. Ich habe deine Mannschaft. Ich habe sie getötet. Und ich habe alle Sekunden gefühlt. Soldier, Junge. Juste wie ich freue mich zu sehen, dich zu sterben. Oh, 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 hörst du das? Jetzt sind wir jetzt, bei dir zu gehen. Tick, Tock, Christopher. Pic, Tock! Wenn du mich töten, dann töten. Nein. Oh, ich wünsche, ich konnte, dass du zu sterben. Aber ich kann es nicht. Ich habe ein anderes. Bye-bye. Ja, ist so ein Hurensohn. Das ist jetzt auch nicht mehr so ein Sympathieträger, würde ich behaupten. Ah, ein Skater. Woops, hier.